Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktien-Schau. Im heutigen Podcast geht es um Activision Blizzard und die Übernahme durch Microsoft. Warta konnte sich mit Banken einigen, der Münch-RE-Chef sieht kein neues 2008 auf uns zukommen. Siemens sieht sich durch die Credit Suisse nicht ganz so getroffen, die Silicon Valley Bank wird übernommen und zu guter Letzt geht es um Tesla in Grünheide, denn es wurde wohl ein wöchentlicher Produktionsrekord aufgestellt. Fangen wir direkt an mit Activision Blizzard und auch Microsoft. Die Aufsichtsbehörde CMA, das sind die britischen Wettbewerbshüter, haben nun weniger Bedenken durch die geplante Übernahme als zuvor. Im Februar hatte man eine Einschätzung vorgelegt und da hieß es im Prinzip, die geschäftlichen Aussichten bei einer Xbox-Exklusivität, bei zum Beispiel Spielen wie Call of Duty, sind gar nicht so schlecht. Nun hat man allerdings eine neue Analyse aufgestellt und diese besagt, dass das für Microsoft überhaupt nicht vorteilhaft wäre. Da geschäftlich Call of Duty zum Beispiel exklusiv für die Xbox anzubieten. Anders gesagt, es ist so, dass man eigentlich einen großen Anreiz hat, die Titel halt eben nicht exklusiv zu haben, sondern auch eben anderen Medien beziehungsweise anderen Unternehmen anzubieten. In dem Fall zum Beispiel Sony mit der Playstation und so weiter und so fort. Und das wiederum heißt natürlich, dass man seine Einschätzung etwas revidiert hat. Man geht jetzt also eher davon aus, dass das Ganze nicht so negativ ist und das könnte Microsoft auch zugutekommen, denn die CMA möchte ihre Entscheidung gerne am 26. April vorlegen. Dort heißt es dann, ob diese Übernahme in Ordnung ist oder eben nicht. Im Übrigen sieht man sich dort wohl in einem ganz guten Zeitplan. Das heißt also bis zum 26. April sollte man diese Entscheidung dann auch haben. Und damit geht es jetzt auch weiter und zwar mit Vata. Denn man hat wohl einige Banken für sich gewinnen können, was dieses Umbaukonzept angeht beziehungsweise was einige Änderungen angehen. Es ist so, dass man laut eigenen Angaben auch eine Verlängerung der Finanzierung bis Ende 2026 in Aussicht gestellt bekommen hat, ebenfalls wie Änderung der Kreditbedingungen. Es ist noch so, dass diese Entscheidung nicht ganz final ist, aber man geht jetzt zumindest davon aus, dass das Ganze klappen könnte. Wiederum, dieses würde dann heißen, dass man etwas länger Zeit hat, denn die Kredite oder vor allen Dingen halt die Zahlungsfristen für die Kredite drücken natürlich. Man braucht jetzt einfach dringend Geld zum Investieren. Und wenn man jetzt natürlich alles, was man einnimmt, zahlen muss, dann hat man eben nicht mehr so viel vorausgesetzt. Überhaupt, man nimmt was richtig ein. Wir bleiben direkt mal in Deutschland und kommen zum Münch-RE-Chef und zwar zu Werner Wenning. Er hat selber gesagt, dass es bis dato keine faulen Kredite oder Papiere im Spiel gibt. Anders gesagt, er geht nicht davon aus, dass diese Bankenkrise jetzt aktuell das Niveau von 2008 erreichen wird oder erreichen kann. Er erwartet selber, dass es in nächster Zeit immer mal wieder einzelne Institute treffen kann. Die könnten dann tatsächlich auch verlieren im Prinzip. Aber das Geld bleibt natürlich trotzdem da und genau deswegen würde es heißen, dass auch andere Banken, die dann zum Beispiel solider aufgestellt sind, davon profitieren können. Das heißt also, das Geld wird vielleicht von Bank A abgezogen und bei Bank B eher gesagt dann reingesteckt. Anders gesagt, es gibt halt Verlierer, es gibt Gewinner. Und diese könnten dann im Gegensatz jetzt zu den letzten Jahren extremer ausfallen. Aber dass wir jetzt wirklich nur Verlierer haben, davon geht er zumindest aktuell nicht aus. Ebenfalls geht es nochmal um Siemens, denn der CFO Ralf Thomas hat sich nochmal auch um die Banken etwas gekümmert oder geäußert dazu. Er sieht selber keine Gefahr von einer Bankenkrise für Siemens. Anders gesagt, Siemens sieht sich davon nicht wirklich betroffen. Es gibt zwar viele Unternehmen, die dadurch eventuell leichte Probleme haben, wenn eine Adresse der Top 30 Banken halt eben wegfällt. Bei Siemens ist es aber so, dass man Zugriff auf viele Banken dieser Welt hat und genau deswegen ist das jetzt kein ganz großes Problem für Siemens. Und damit kommen wir jetzt auch zu der letzten Bankennachricht von heute springen in die USA. Da bleiben wir auch gleich nochmal. Erstmal geht es jetzt aber um die Silicon Valley Bank. Die wird nämlich von der First Citizen Bank übernommen. Das wurde von der Einlagensicherung, der US-Einlagensicherung FDIC am Montagmorgen mitgeteilt. Die First Citizens Bank übernimmt die Vermögenswerte in Form von Einlagen und Krediten. Andere Assets also zum Beispiel oder vor allen Dingen halt Wertpapiere bleiben fürs Erste unter der Kontrolle der FDIC. Die Kunden werden im Übrigen auch den Zugang zu den Bankkonten behalten. Die Übernahme soll auch schon am heutigen Tag vollzogen werden. Die FDIC geht übrigens davon aus, dass sie mit einem Verlust von 20 Milliarden US-Dollar durch die Transaktion dann rauskommen aus der ganzen Sache. Ganz final ist die Zahl aber noch nicht. Das wird man dann sehen, wenn die Konkursverwaltung beendet ist. Im Übrigen übernimmt die First Citizen Bank Vermögenswerte in Höhe von 110 Milliarden Dollar. Einlagen von 56 Milliarden US-Dollar und ein Kreditbuch von 72 Milliarden US-Dollar mit einem Abschlag von 16,5 Milliarden US-Dollar. Damit kommen wir jetzt auch zur letzten Nachricht. Weiterhin ein US-Aktie oder US-Unternehmen allerdings jetzt in Bezug auf Deutschland. Und zwar ist es so, dass Tesla 5000 Fahrzeuge in einer Woche produziert hat. Damit würde man einen neuen Rekord haben. Insgesamt sind wohl rund 10.000 Beschäftigte mittlerweile in der Fabrik Grünheide zugange. Zuletzt sind das wohl immer rund 4000 Fahrzeuge pro Woche gewesen. Im Übrigen Ziel sollen dann etwa 10.000 Fahrzeuge pro Woche werden. Aktuell würde man also auf 250.000 Fahrzeuge im Jahr kommen. Ziel sind das in der ersten Ausbaustufe 500.000 Fahrzeuge vom Laufband rollen zu lassen. Im Übrigen dieses Mal handelt es sich nicht wie so oft um Insiderberichte, sondern die Zahl von 5000 Fahrzeuge hat Tesla selber mitgeteilt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.